Herzlich willkommen zurück bei Anno 1800 auf unserer mittlerweile recht stattlich angewachsenen kleinen Siedlung, Insel, wie auch immer hier unten. Und wir waren damit beschäftigt hier gerade noch ein bisschen Dekoration zu verteilen und damit fangen wir jetzt einfach mal fort, würde ich vorschlagen. Richtig, den Schlawinern, den Schlingelberts. So, hier Wäscheleine. Kann man hier, da hinten sehr schön. Und hier noch eine, ja, ebenfalls Knorke. Hier kann ein bisschen Holz gemacht werden. So, und, 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 und das. Nee, das passt irgendwie nicht. Machen wir mal das. So. So, zack und zack. Und, nee, komm, hier. Machen wir. Obwohl. Der Klassiker. My favorite one. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Der Physiker. Schön. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin mit diesen autogenerierten Sachen hier nicht ganz so zufrieden. Machen wir mal so. Das ist schon besser. Da kann er noch ein Holz verleihen. Ja, gut. Das lasse ich mir mal so gefallen, wie es ist. Train war einmal durch. Ja, die, 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 die. Das geht aber nicht. So ist schön. Da fehlt aber noch was. Ja, 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 hm, ja. Ich war auch schon im Gefecht. So, hier machen wir mal was, was anderes hin. Und zwar... Ach, schade, das geht ja nicht. Müssen wir uns ändern, so machen. Ne, ne, das ist doof. So, wir machen hier hin. So eine kleine Hütte. Dann hier ein paar Kisten. So, ein bisschen was in diese Richtung. Und natürlich ganz viele Fässer, wo ja auch die ganzen Fische drin sind. So, zack, zack. Gut, hier vorne müssten wir vielleicht nochmal ein bisschen Natur hinsetzen. So hier, so, zack, zack, zack. So. So, zack, 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 zack. Très bien. Und hier geht's jetzt weiter. So, ja, das ist doch schon mal ein bisschen schicker hier. Ja. Es ist soweit gekommen. Und es wird noch viel weiter kommen. So. Da geht leider nischt. Hier könnte man mal das wegmachen. Und das wegmachen. Dann können wir hier noch... ein paar Sachen hinlegen. Sowas in der Richtung. Ich war auch schon im Gefecht. Machen wir mal hier so. Okay, warte, das passt nicht. Ups. Machen wir den nochmal weg. Dann kommen wir ja noch ein bisschen Grünanlage hin, weil ansonsten passt das hier hinten mit dem Übergang nicht so richtig. Zack, zack. Kommen wir halt noch ein paar nette, kleinen Geräte hin. Sowas. Bisschen abstrakt. Ein bisschen Bruch reinbringen. Hier, Wäscheleine. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ist okay, so. Wiese. Machen wir hier nochmal eine schöne Steinstraße. Ein Bankier. Das ist ja toll. Ja. Schiff unter Beschuss. Oh nein. Oh nein. Das ist ja schrecklich. Ganz und gar tragedisch. Ich würde sagen, ist okay, oder? Gibt es irgendwelche Einwände? Holz fehlt. Okay. Neue Befehle. Wobei. Du hast Holz. Das ist schön. Riesiges Kontor. Check. Ah, brauche Einfluss. Ah, okay. Dann fahrt ihr doch erstmal wieder zurück in die alte Welt nach Milchkuchen, bis ich weiß, was ich mit euch mache. Neue Befehle. So. Jetzt haben wir hier ganz viele... Okay. 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 folgendes Routen. Neue Route einrichten. Luftschiffroute. Von hier nach da. Hier Post einladen. Da noch mehr Post einladen. Und noch mehr Post einladen. Und da alles ausladen. Genau. So. Ich nehme ein. Hier haben wir auch noch regionale Post über, ne? Nee. Nicht. Das ist ja interessant. Okay. Errichten sie ein Hotel. Bitte. 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 Okay. Das ist scheinbar nicht gegenüber. Über. Überaus angemessen. Wir gehen davon aus, dass es eine Aussichtsplattform auf dem Turm gibt. Ach. Großartig. Liefern sie Urlaubsliteratur ankündigen. Äh. Muss ich das jetzt einfach abholen? Oder wie? Oder was? Stimmt. Ihr hattet ja was geladen. Das könnt ihr mal abladen. Ich werde eine ihrer Treuhänder sein. Ja. Kümmern wir uns gleich drum. Du fährst dann auch nochmal zurück in die neue Welt. Nach Tramtan. Ihr Schild ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das tut er mal hin. Sehr schön. Wir fahren mal hier rüber. Falsche Inselwelt. Genau hier. Dankeschön. ein Auftrag. Niemand anderes verdient dieses Meister. Cool. Danke. Süße Fantasie. Ein Eisenschutz. Wow. Die Dufte. So. Was ist los? Ich soll das Tagebuch lesen. Das habe ich noch nicht getan. Na dann machen wir das doch mal. Nadasky beschreibt hier, dass die Helden, die das Blatt zugunsten meines Vaters wendeten, verschollen sind und nie mehr gesehen wurden. Aber vielleicht gibt es noch die Möglichkeit ihrer Spur zu folgen. Lesen wir doch mal. Aber erst nochmal ein Schlüchchen trinken. Mittwoch, 16. Oktober 1805. Es ist einen ganzen Tag später, als diese krasse Schlacht gewesen ist. Der König ist wahnsinnig geworden. Ihm ist unser Sieg völlig gleichgültig und er war extrem ungehalten, als er erfuhr, dass wir mit der Verfolgung der Samtisima Victoria noch nicht begonnen hatten. Er ist sich sicher, dass das Cap-Bowen-Zepter an Bord sein muss. Als er hörte, dass sich das Flaggschiff nach Nordosten bewegt, befall er dem Kapitän der HMS Ajax, Richardson, ihr zu folgen. Ich habe versucht, den König zu warnen, dass die Ajax für dieses Duell nicht gerüstet sei. Doch meine Verletzungen haben mich geschwächt und ich musste mich in mein Quartier zurückziehen. Die Santisima Victoria ist das vielleicht größte Kriegsschiff, das je gebaut wurde. Richardson weiß, dass er seine Männer in den Tod führt. Doch er war schon immer ein Mann, der Befehle nicht in Frage stellt. Es ist ungewöhnlich und schrecklich heiß. Heute Morgen, also Donnerstag, 24. Oktober, das ist ja eine Woche später. Heute Morgen ist ein Ruderboot aufgetaucht, gestrandet an der Landzunge. Die Strömung muss es dort hingetragen haben, denn die Passagiere waren schon seit mindestens drei Tagen tot. Verdurstet. Das ist natürlich unangenehm. Einer von ihnen hielt ein Schreiben von Kapitän Richardson in der Hand. Das Ruderboot wurde von ihm geschickt, um Hilfe zu holen. Denn die Mannschaft der Ajax hat den Kampf gegen die Santa Maria Victoria überlebt. Und indem sie über Bord sprangen und zu einer kleinen Insel südöstlich der Landspitze schwammen. Wir standen umgehend ein Ruderboot aus, sandten umgehend ein Ruderboot, doch es war schon zu spät. Richardson und seine Männer, Mannschaft, sind ebenfalls verdurstet. Von der Santi Sima Victoria fehlt jede Spur. Die Reaktion seiner Majestät war abzusehen. Die Lebenden dieser Männer, die Leben dieser Männer hat er auf dem Gewissen. Doch sein Kummer gilt allein dem verlorenen Zepter. Meine Wunden beginnen zu schweren und mein Fieber wird stärker. Der Doktor besteht darauf, dass ich die Feder beiseite lege. Zu schweren. Okay. Ja, dann finden wir doch mal, das fragt der... Ajax. Zu fahren. Ja, das war jetzt auch kein Risiko, ne? So. Einmal bitte tauchen. Was haben wir hier? Baskus, ehrenhafter Vertrag. Richtiger Ehren, Mann. Wann ist das? Hochwertiger Schrott. Nice. Ich dächte, hier wäre es gewesen. Ach, Mensch. Seht ihr hier auch eine Insel? Sweet. Hallöchen. Okay, sie ist es doch nicht. Kommt später vielleicht. Aber wo ist denn dann... Achso, warte mal. Ähm, stand jetzt hier nicht irgendwas von irgendeiner Richtung? Ähm. Heute Morgen ist der Ruderboot aufgetaucht, gestrandet an der Landzunge. Die Strömung muss es dorthin getragen haben. Denn die Passagiere waren schon seit mindestens drei Tagen dort. Dann noch ein Inderland. Dann schauen wir, wenn wir... ...hier zu folgen. Tja, wo ist das Schiff? Ah. Vielleicht nehmen wir das hier. Nach all den Mühen, eine einfache Bregatte gegen ein Linienschiff. Das ist blanker Selbstmord. Vater muss sich schon sehr sicher gewesen sein, dass das Zepter an Bord war. Ist deswegen trotzdem nicht weniger dumm. HMS Ajax. Captain Richardsons Logbuch. Stunde. Eins, zwei, drei, vier, vier, sechs... Ich nehme an, das wird Stunde sein, ne? Knoten, die Geschwindigkeit. Knoten, die Geschwindigkeit, HKN, Hochseeknoten, Kilo, nein, Wind, Süd, Süd, West, West, Nord, Z, O. Süd, Z, O, keine Ahnung. Kurse, Ost, Süd, Ost, Süd, Zentral, Ost, Nord, West. Nord, Osten, Süd, Süd, Ost, Osten. Zwei Uhr, Bemerkung am Mittwoch, den 16. Oktober 1805. Der Tag, an dem die... An dem sie ausgelaufen sind, quasi. Ja, genau. Zwei Uhr. Unsere Patrouille verlief ereignislos. Es ist eine ruhige Nacht. Dank Admiral Nadaskis außergewöhnlichen Strategien haben die HMS Ajax und viele ihrer Schwestern-Schiffe in der Schlacht von Trelawney gesiegt. Neun Uhr. Wir haben neue Befehle. Seine Majestät hat die HMS Ajax damit beauftragt, die Santissima Victoria zu verfolgen, zu entern und ein Objekt von höchster Wichtigkeit zurückzuholen. Zwar ist der Gegner klar im Vorteil, doch letztendlich ist die HMS Ajax eine logische Wahl, da sie eine der wenigen Fregatten ist, die noch intakt ist. Ich muss daran glauben, dass wir unser Ziel erreichen können, sonst werden meine Männer es nicht. Zwölf Uhr. Wir trafen südöstlich von Festland auf Santissima Victoria. Sie eröffnete das Feuer, sobald wir in Sicht waren. Ich gab der Besatzung den Befehl, die Ajax zurückfeuern zu lassen. Sie traf das Ruder der Santissima Victoria. Wir sahen, wie es das gegnerische Flaggschiff aufgrund der Strömungen an der Ostküste des Festlandes zerschellte. Das Zepter ging mit ihr unter. Auch die Ajax läuft nun allmählich voll. Wir sahen, dass die gegnerische Flaggschiffgründe an der Strömungen an der Ostküste des Festlandes zerschellte. Haben erst Ajax gesunken. Ein Ruderboot ist... Ein Ruderboot, ich und der Rest schwimmen zu einem verlassenen Insel. Es gibt kein Süßwasser. Die Hitze ist unerträglich. Die Strömung ist zu stark und eine Überquerung... Um eine Überquerung zu wagen. Wir schicken das Ruderboot, um Hilfe zu holen. 19 Oktober. Keine Nachricht vom Ruderboot. Wir werden hier sterben. 21 Oktober. Keine Hoffnung auf Rettung. Unser König hat uns aufgegeben. Schön, dass sie... Ganz am Ende nochmal richtig schön... Verzweifelt. Da hat man richtig Bock auf seinen König. Wirklich. 24 Oktober. Erst drei Tage später haben sie... ...das Ruderboot gefunden. Oder... 21 Oktober. Ja, drei Tage später erst. Schon hart, ey. Das ist ein Tod, den will man nicht haben. Einfach auf irgendeiner Insel festsitzen und verdursten. Armschweine. Na gut, dann... ...fahren wir jetzt mal hier rüber. Let's go. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr schön. Das Schiff steht bereit. Und direkt einmal wieder in die Katralorny-Welt. Nach Crown Falls. Ohne Zweifel. Das muss das Flaggschiff aus Nadaskis Schriften sein. Versenkt von unserem noblen Vater unter Einsatz seines Lebens. Wir spüren, der Adler muss hier sein. Vom Vater? Ja? Ja, wahr. Einen Moment lang dachten wir, er würde uns zuvorkommen. Also... Wundervoll. Wisst ihr, wenn man es so betrachtet, sieht es einem Adler nicht allzu ähnlich, oder? Nun ja, keiner meiner Untertanen wird je wagen, es in Frage zu stellen. Der Adler ist unser. Es wird sich zeigen, ob Vashko ein Mann des Wortes ist und er uns den Knauf übereignet. Also... Ihr wundervoller Vater, der ja unter Einsatz seines Lebens dieses Schiff versenkt hat, ja? Also... Also... Also, wie verblendet kann man eigentlich sein? Äh, der hat hier eine Fregatte mitsamt der Besatzung in den Tod geschickt. Und die haben eigentlich nur aufgrund eines glücklichen Treffers des Ruders dieses Schiff zerstören können. Und sie gibt ihrem Vater die Lorbeeren quasi, anstatt den elendigen armen Schweinen, die ja auf der Insel zugrunde gegangen sind, ja? Ich weiß nicht, wie viele hundert Männer auf so einer Fregatte sitzen, aber die alle in den Tod geschickt für so einen scheiß schwulen Adler, den sie im Endeffekt ja noch nie mal bekommen hatten. Ja gut, jetzt später. Gut, aber... Trotzdem, äh... Die Troller, ne? Ja, Urlaubsliteratur, aber... Muss ich mir das jetzt hier wirklich durchlesen? Ey, die Königin hat die Vorliebe im Fantasy-Vorliebe, äh... Der Mars-Tier hat ihnen die... eine Liste der Aufgaben gegeben, um sich zu sicherzustellen, dass sie eine Eröffnungstherumme perfekt sein hat. Unter anderem soll die Hotelsuite neben dem eisernen Turm sowie vergnügliche Lektüre für ihre Majestät gesorgt werden. Außerdem fordert sie die eine Zofe zur Unterstützung. Der erste Eindruck zählt. Der letzte bleibt. Ach, behaltet doch den erbärmlichen Vogel. Das ist bereits das zweite Mal, dass dieser verfluchte Ort meine Familie zum Gespött macht. Es hilft alles nichts. Ich muss vor König Joao treten und meine Schande eingestehen. Jetzt geht es nur noch darum, nicht den Kopf zu verlieren. Nein! Mr. Oliveira ist wahrlich ein Mann, der Wort hält. Euch hätten wir gewiss nicht erlaubt, ihm unser Bruchstück auszuhändigen. Ja, genau das dachte ich mir. Sieht so aus, als wäre es in drei Stücke zerteilt worden. Es dürfte nicht allzu schwierig sein, sie wieder zusammenzusetzen. So eine Hinterfotzige, ne? Wir haben nicht all diesen Ärger ertragen, um uns mit einer schmierigen Fälschung zufrieden zu geben. Verfügen wir nicht über unzählige Gelehrte, die in der Kunst der Restauration bewandert sind? Nein. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Ja, die wird auf jeden Fall massiv belagert. Oh! Mann, war das knapp, du. Da hatten sie aber echt Glück, dass sie diese Belagerung überstanden haben. Oh, 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 oh. Ähm... Ja. Schön. Oh, wir haben hier ein Fest. Okay. Künstlerfest. Schön. Ja, 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 ja. Komm ja, let's go. Ja, was ist denn hier los? Achso, das sind die Schiffe von Vasco. Aber ja, wir haben ja Vasco schon tatsächlich geholfen, dass er sein Ansehen beim König zurückbekommt, quasi. Ihr erinnert euch vielleicht an die tolle Mission mit dem ganzen Silber. Ein Baldachin voller Sterne. Jeder davon ein Ausruf der Freude. Da gibt's viel zu erbeuten, wenn man nur tief genug taucht. Ich denke, ich kann dir da vielleicht behilflich sein. Das war's. Jetzt lass mich in Frieden. Baldrin! Okay. Der fällt mir gerade ein. Wir können doch hier eigentlich mal... Wir hatten doch hier... Genau. Halt, stopp. So. Ne, das meine ich nicht. Ich meinte genau die hier. Alte Welt. Achso, die sind beide für die Alte Welt. Na gut, dann müssen wir... Äh, da vielleicht mal das Schiff in die Richtung schicken. Ne. Riesenkrabbe wäre aber schon ziemlich lustig. So ein 12 Meter Vieh oder so. Aber so ein Kalmar als Krabbe. Geh mir den Stuf. Ja. Waren sehr freundlich. Und hilfsbereit. Ich kann hören, wie die Pfeffersäcke oben ihr Geld zählen. Ja. Sympathisch. Immer wieder. Durch und durch. Aber was braucht ihr eigentlich? Rum. Hochräder. Regionale Post. Wir haben keine regionale Post. Wir brauchen eine regionale Post. Sieht beschäftigt aus. Da kommt jemand. Ihr könnt euch natürlich auch einfach verbieten, hier die scheiß regionale Post zu lesen. Er drosselt von der Schlange der Versuchung. Von der Schlange der Versuchung? Was ist denn alles in der Welt? Ist denn die Schlange der Versuchung? Sie verleihen meiner Existenz ein. Sie verleihen meiner Existenz einen Sinn. Das Empire ist euch zu tiefstem Dank verbunden. Hinter diesem Symbol der Macht können sich meine Untertanen vereinen. dieser Schatz kann seine volle Strahlkraft nur im Zuge einer öffentlichen Ausstellung entfalten. Unser Volk soll erfahren, dass wir unserem Vater in Ehrgeiz ebenbürtig sind. Das Museum wäre natürlich irgendwie praktisch, wenn es hier mit hin könnte. Aber ich glaube, das wird so nichts. Wo können wir in das Museum mal hinsetzen? Also der botanische Garten sollte auf jeden Fall hier noch mit hin. Der wird auch schön groß und so. Der soll da alles mit bedecken. Dann wäre es vielleicht... Machen wir das mal weg. So, vielleicht habe ich auch deswegen einfach zu wenig Post, weil... die hier noch gar nicht gebaut waren. Das könnte es natürlich auch gewesen sein. So, das Ding steht da. Das steht, das steht, das steht, das steht. Steht alles. Weißt du was? Scheiß auf diese doppelte Straße. Hier kommt nochmal richtig schön ein Briefkasten hin. Patsching. So. Stimmt, du solltest ja eigentlich auch stehen. Zack. Jetzt fehlt mir hier Stahl. Das ist es jetzt, was mir dieses Spiel sagen will. Ja, es fehlt mir Stahl. Okay. Folgendes. Ich hätte gerne... dieses Museum. Eigentlich könnten wir das von hier oben. Da könnte es vielleicht so einen... zum elitären Bereich. Dann packen wir mal... das Museum. Ah, es ist alles so schwierig. Alles so schwierig. Vielleicht packen wir es hier mit hin. So. Wir ziehen jetzt hier einfach mal so spaßeshalber einen Weg durch. Packen wir das einfach mal hier hin. Und dann wird das irgendwie ein bisschen dekoriert. Und hin und her. Und humbilum. Und... 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 Und dann kommt hier einfach so ein... Sowas hin. Und dann kommt da sowas hin. Und... Dann wird das hier... Das wird ausgestellt. So. Ja. Warte. Das wird an Schönheit nicht zu überbieten sein. Okay. Krass. Wie viel hier reinpasst. So. Und so. Und dann können wir hier nochmal kurz hier rüber switchen. Ob wir hier nicht noch irgendwas haben, was... Rathaus? Ne. Kultur. Ja. So was. Hier. Das da auf jeden Fall. Das können wir noch mitnehmen. Diesen komischen Fisch. Den komischen Elch. Die Pflanzen. Ja. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wie sieht es hier oben raus? Haben wir hier noch irgendeinen geilen Scheiß? Ah ja. Das nehmen wir nochmal mit. Gut. Hier haben wir nix. Jetzt schnappen wir mal hier rüber. Nope. Nope. Jop. Tiger. Und ein Schaf. Ja gut. Das Schaf lassen wir mal hier. Und wir sind schon wieder rüber. Neun. Würde einmal wieder zurückcruisen dann. Eigentlich könnten wir einmal eine Route erstellen hier. Handelsroute. Und zwar von der Arktis. Von hier. Nach Cap Trelawney. Nach dort. Und da wird richtig Hardcore. Gas. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Was ist das denn? Der Feversack, der Gude. Böder. Bitte. Nee. Extra Blatt! Extra Blatt! Extra Blatt! Anu-Chroniken bestaunen sie das Kapaun-Septer. Die Ausstellung, in der das Kapaun-Septer zu sehen ist, von dem man sagt, es stamme aus dem Erbe ihrer Majestät und stelle den Triumph über La Corona bei Trevloni zur Schau, hat in den frühen Morgenstunden die Pforten geöffnet. Die Schlangen waren lang und es standen nicht nur die Bewohner Trevlonis an, sondern auch neugierige und patriotische Besucher aus allen Winkeln des Empires. Ihr, mein pflichtbewusster Streiter, habt unsere Träume, die Träume einer Königin, wahr werden lassen. Wir hatten euch betreffend unsere Vorbehalte. Zu von Recht. Ihr habt euch meines Vertrauens als würdig erwiesen. Yay. Wir haben Vater immer geglaubt, wenn er behauptete, der geniale Stratege hinter der Schlacht von Trelawney gewesen zu sein. Stattdessen war es alleine Daskes Verdienst, der ihm eine große Schmach ersparte. Richtig. Schön, dass sie es einsieht. Ah, gut. Besser Späteeinsicht als gar nicht, ne? So, Weltausstellung, Skyline Tower. Ich habe kürzlich eine Geschichte über den alten Nate gehört. Sie war gruselig, aber es könnte etwas dran sein. Irgendwo. Immer. Oh nein, es ist ja fürchterlich. Mh, auch, ja. Weltausstellung. Das Ding muss ich ja nämlich auch hier noch irgendwo hinsetzen. Wäre vielleicht auch gar nicht so doof, dass hier direkt in den Hinterhof quasi... Mal zwei, vier, sechs. Zwei, vier, sechs links und zwei, vier, sechs, sieben. Och, das ist schon wieder unsymmetrisch. Och, Leute. Ihr macht mich fertig. Wisst ihr das eigentlich, was ihr hier mir antut? Das ist mentale Folter. Das sollte eigentlich verboten sein, sowas. Ich meine, ihr könnt ihn trotzdem hinsetzen. Bei der Größe fülle das vielleicht gar nicht mal so auf. Sonst müsste ich das ja hier oben hinsetzen. Aber auch nicht so schön. Die Weltausstellung im Garten des Palasts. Könnte, könnte passen, oder? Ja. Ja, gut. Weiß ich noch nicht, ob wir hier die Steinstraße drum rum lassen. Aber auf jeden Fall bräuchten wir dann hier so ein Gerät. Damit der hier versorgt werden kann nur mit allem Scheiß. Kann ich alles nicht machen. So, wir produzieren hier doch Zement, oder? Ja. Können wir hier noch mehr Zement holen. Gut, machen wir eine Steinstraße draus. So. Ähm. Hm. Mensch, produziert doch mal ein bisschen mehr, Stahl Jungs. Was könnt ihr eigentlich? Hilfe. So. Oh mein Gott, es reicht nicht ran. Warte. Nicht allzu viele Änderungen. Das ist besser. Ja, ne, gar keine Änderungen. Wollen wir uns rein jetzt hier eigentlich? Eine Atempause von der Gewalt. Ein Waffenstellstand wurde vereinbart. Ob die durch Zerstörung oder strategischen Wert einer Pause zum Handeln bewegt hat, ist unwichtig. Jetzt können Wunden geleckt, Lagen neu bewertet und vielleicht Friedensüberlegungen angestellt werden. Die Führer beider Seiten sind angeblich zufrieden. Schön. So, ich würde gerne hier ein bisschen Stahlbeton produzieren. Aber kann ich nicht, weil ich keine Handwerker habe. Also ist das eigentlich auch unnötig. Wir müssten aber mal Fenster produzieren. Verdammt, hier drüben wollte ich die Speicher starten, oder? Ne. Verdammt, ich habe schon wieder vergessen, wo ich die Speicher starten wollte. Hier, glaube ich. Oder? Ja, doch. Ich glaube, drüben wollte ich sie haben. Und hier packen wir... Äh... ...das Ding hier. So dächtig wäre zumindest die Überlegung gewesen. Ach, hier hätten wir Strom. Aber da haben die ja nichts mit zu tun, ja. Hm. Oh. Sorry, my friend. Was ist denn hier los? Es fällt euch ein, aber krank zu werden, ihr Schlawiner. Halt, stopp. Okay, das geht zumindest schon mal... ...biss hier runterwärts. Das bringt mir auch nichts. Ach, ist das alles... ...nervig. Eigentlich... Eigentlich würde ich das alles gerne so lassen, aber wenn ich jetzt hier noch so ein... ...aber ich kann ja auch hier drüben Strom produzieren. Dann müssen wir halt hier so einen Hafenbereich einstellen, der dann hier alles abfrühstückt. Wir stecken hier viel Herzblut rein. So in der Art müsste ich das machen, da habe ich keinen Stahl für. Äh, gehen wir doch mal hier rüberwärts... ...zu unseren lieben Schiffen. Dass ihr mal hier hochfahrt und nochmal ein bisschen Stahl abholt. Und dann würde ich sagen... ...kümmern wir uns endlich mal darum, dass wir hier auch... ...ähm, Seife produzieren. Dann könnten wir aber tatsächlich... ...hier eine elektrisierte Produktionskette aufmachen. Würde sich ja durchaus dann lohnen, ne? Ja, komm her, das machen wir. Wir setzen hier ein Kraftwerk hin. Brauchen wir nur... Brauchen wir nur... Brauchen wir nur ein bisschen Platz. Stahlbeton hier drüben. So, dann geht das los. Und... Dann zieht ihr mal hier alle... ...wann mal wie weit gehst du bis dahin? Gut. Dann zieht ihr mal nach hierhin um. Geil. Reicht sogar bis zu dem... ...ähm... ...ne? Bis zu dem tollen Werk da. So, dann kommt das hier mal wieder weg. So. Du ziehst einmal um nach hier drüben. Aber hier brauchen wir einmal ein bisschen Baumaterial. Geil. So. Du nimmst mal... ...bisschen Holz. Ja. Nimmst dir erstmal auf. Erst erstmal los. So. Derweil gucken wir mal hier, dass unsere Schiffe angekommen sind. Und ihr nehmt mit... ...Stahl. Noch mehr Stahl. Stahlbeton. Und noch mehr Stahlbeton. Und ihr fahrt dann Caprelawney, M-Lock. Viel Spaß. Oh, hier ist ja... ...gut Betrieb. Okay, da... Was haben wir denn hier? Du bist einmal Kaffee. Du bist Kaffee. Und du bist Rum. Okay, Rum ist am Limit. Rum wird weniger. Geht aber nicht, du. Rum, 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 Rum. Milchkuchen. Drüben wird auch mein Rum hergestellt. Rum. Milchkuchen. 4 in 3 so eigentlich. Müsste es passen. Und übrigens ist das hier der falsche... ...der Gerät. Der falsche. Das hier. Das hier brauche ich doch. Ein bisschen Aluminium. Das müssen wir hier haben. Schnappst du dir mal was, mein Freund? Moment. Ein korruptem Polizier. Natürlich haben sie es geschafft. Geil. Mühlstein. Endlich. Schick. Schick. So. Pendler. Hafen. Kai. Gedönst. Was auch immer. Da reißen wir mal den ganzen Schnulli mal hier weg. Kommst du nochmal mit weg? Also was wir auf jeden Fall brauchen ist das hier. Ja. Was dann auch noch gut wäre, wäre das hier. So. Bub. 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 esslich nicht so superschön hier. Ah, halt Stopp das bleibt schön da was ist. Mimos. Meine ganzen Spauen. Dahin. Gern. Ja, 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 behält deine Sparnisse? Deine 2.000 Dollar da ...... Kein Schwein braucht die Mist. Ähm ...hhalt Stopp. Yorna Leros. Hier einmal rüber. da. Und dann bauen wir hier mal ein bisschen Dekorationen hin. Muss ja nicht viel sein, ne? Hier und da so. Zack, hier. Nicht Air Café, sondern Airport. Genau. Ja, komm her. Machen wir hier einfach das so und einfach ist es, aber trotzdem passt's. So, wo ist denn jetzt hier mal das Schiff, du? Wie lange brauchst du denn für die Scheißstrecke? Okay, laden wir mal kurz mal... Halt. Stopp. Fortsetzen. Bitte helfen sie mir. So. Zack. Und schon haben wir noch mal ein paar mehr Leute in der Inselwelt hier. Komm her, da kannst du du bist scheiß Balten und du fährst da noch mal kurz darüber. Hat ja auch nicht weh getan jetzt hier, ne? Wie sieht das hier eigentlich aus? Haben wir hier überhaupt Post? Ja, doch, haben wir doch. Aber, ach, haben wir nicht gebaut. Haha. So. Jetzt müssen sie aber alle existieren, ne? Ja. Sehr schön. Aber wir haben gerade noch mal ein bisschen die Produktivität hier erhöht, würde ich sagen. Das geht nicht. Das ist ja bedauerlich. Warte mal, müssen wir hier... Ein paar Fässer hinstellen. Dann geht's nicht anders. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Oh nein. Schon wieder hier. Ein Feuer ist ausgebrochen. Naja, die kriegen das hin. Die sind da ja ganz gescheit. So. So. Hier noch mal hin. Da noch mal hin. Ja, und hier ein paar Bretters. So. Dann einmal bitte dieses Kraftwerk errichten. Theoretisch brauchen wir nicht viel von dem Zeug hier. Sollte also alles mehr oder weniger passen. Dann zurück zum Eigentlichen, was wir hier machen wollten. Nämlich Seife. Flammen wurden gelöscht. So. So. Sieht nämlich der ganze Spaß aus. Jetzt müssen wir noch mal kurz gucken, wie viel brauchen wir denn überhaupt hier von der Seife. Immer in Kombination bitter mit Crown Falls. Wir benötigen Wir benötigen zehn Seife. Machen wir es so. Zack. Zack. Nein, 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 nein. Das machen wir aber nicht. Ja. Du kommst kommst mal nach nach hier. So. Drehen wir dich noch mal. Du kommst da hin. Ich packe mal so hin. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn. Ist das jetzt überhaupt richtig, was ich hier gemacht habe? Ja, theoretisch schon. So. Wenn du jetzt hier Electricity hast. Dann. Dürfte das jetzt hier völlig eskalieren, die ganze Lage, ne? Der Boss kommt. Der Boss. Oh. Hups. Ähm. Kleinen logistischen Fehler habe ich da gemacht, aber ey. das ist, äh, das war ja quasi, das kann man ja ignorieren. So, ne? So. Sehr schön. Du läufst auch unter Strom. Theoretisch dürfte das jetzt hier demnächst viel schneller vonstatten gehen, alles. So, dementsprechend haben wir jetzt Seife in Crown Falls. Theoretisch. Lassen wir erst mal alles so. Wir bräuchten mal ein... Wie wär's mit einem Kaffee? Spielen schon seit zwei Stunden. Ja, wäre gut, dass es mir sagt. Ich muss gleich die Folge dann beirren bin. Wir machen mal eine neue Route, Handelsroute von hier nach da. Und zwar wird hier eingeladen. Seife. Noch mehr Seife. Wurst. Noch mehr Wurst. Wir können's, glaube ich, erst mal bei 50 Tonnen belassen, ne? Wurst. Ja, das muss erst mal reichen. So. Das übernimmt eins der hier anwesenden Schiffe. Vorher müssen wir uns auch noch wirklich um die Wurst kümmern, dass die auch produziert wird. Wie viel Wurst brauchen wir da? Crown Falls. 20 Stück. Das heißt... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So. Oh, mir ist Spaß, es halb jetzt einfach noch mal so eine Mauer rinnen. Das da hin. Und... Ja, man entwickelt das da. Clone Falls. Brot müssen wir nachjustieren. Achso, da fällt mir auch gerade ein, wir hatten doch hier einen kleinen Zwischenfall. Gucken wir mal hier. Also das wird hier alles produziert. Das passt. Brot müssen wir aufrüsten. Brauchen einen weiteren Bäcker. So. Ein weiterer Bäcker ist am Start. Wir brauchen mehr Bier. So. Machen wir mal hier. Das ist schön. So. Bier wird dann hergestellt. Wie sieht es aus mit dem Malz, weil wir jetzt dafür brauchen? Zu wenig. Klar. Ja. Ja, das sollte eigentlich auch passen. Ja. Wir brauchen mehr Mehl. Poppen wir mal hier einfach mal einen hin. Spaß ist halber hier auch noch mal einen hingesetzt. Und dann produzieren wir genügend Mehl. Dann brauchen wir aber wahrscheinlich ein bisschen mehr Getreide. Jo. Ich bin mir echt immer noch super unschlüssig, wie ich das jetzt hier mache. Also eigentlich würde ich das wirklich gerne so stehen lassen. Aber wenn ich jetzt hier noch ein Kraftwerk hinsetze, dann wäre das ja super ineffizient. Aber die könnte ich vielleicht noch wegreißen. Dann kommt der bis hier. Dann setze ich hier eins hin. Das weckt dann das alles ab. So, zumindest. Du bist so hilfsbereit. Noch übrig von der Speiserolle. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja. Gut. Wie weit gehst du denn? Bis nach da oben. So würde ich auch noch ein bisschen weiter. Wir könnten natürlich hier auch noch einen hinsetzen. Wieso eigentlich nicht? Also hier könnte man natürlich hier so noch so ein bisschen was zu schräg dran lang entzimmern. Aber hier soll ja der Stadtgarten hin, also der Park quasi. Das alles soll alles Park werden. Hier oben kommt das Museum dann hin. Irgendwie so. Und dann hätte ich hier schon gerne noch irgendwie ein paar Häuser. Oder wir fangen hier erst an mit den Häusern. Also dass wir hier so ein quasi so ein Dreieck machen. So. Sowas in der Art. Ich will mal das hier einmal kurz hier so rüberziehen. Die Hähnen setzen. Die Flammen sind außer Kontrolle. Oh nein. Schrecklich. Welch eine Katastrophe. Sowas in der Art. Hauen wir das hier weg. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Und hier kommt dann noch ein bisschen Grünzeug hin. Und schon haben wir unser Problem gelöst. Jetzt setzen wir hier einen hin und da einen hin. Du kriegst hier einen Haufen Grünzeug. durch. So. Schon wieder völligst... Völligst überkrass, was ich hier schon wieder jetzt reinballern muss. An... An Platz. Warte mal, wir machen mal das. Ziehen wir das ruhig ein bisschen weiter rüberwärts. Okay, warte, 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 warte. Wir ziehen es hier mal weg. Und setzen es hier drüben mit hin. Es mangelt an Arbeitskraft. Na? Ich überziehe schon wieder. Es tut mir leid. Ich kann es aber irgendwie nicht abstellen. Das ist... Es ist ein Zwang. Der sich hier immer wieder einstellt. So. Haben wir denn jetzt hier genügend Getreide? Noch nicht. So. Du gehst dann bitte einmal hier rüber. Ein Hof ohne Felder? Schiff unter Beschuss. Oh nein. Das ist schrecklich. Schiff unter Beschuss. So. Jetzt aber. Sollte reichen. Mach das. Erzähle mir von deiner letzten Forschungsreise. Ich werde dir gespannt zu hören. Sobald ich die Folge beendet habe. Oh. Was ist denn hier passiert? Ihr Hafen wird angegriffen. Das ist aber nicht so schön. Ihr Hafen wird angegriffen. Schöpfer, den mal ordentlich. Weg hier, den Boy. So. Alles schick. Ähm. Halt, stopp. War ich doch richtig. Mehr Druck im Kessel. Ja, ich beende die Folge. Ist ja gut. Mensch. Ich setze mich nicht nur so unter Druck. Alte Welt. Kapture Lorne. Crown Falls. Tschüss. Ähm. Gehen wir hier nochmal hin. Und ich würde sagen, um diese... Diese kaputte Bude hier müssen wir uns dann in der nächsten Folge kümmern. In dem Sinne würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Einschalten und fürs Dabeisein. In dem Sinne, wir sehen uns dann oder hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.